Musik Riesen-Fralif, man sieht aus wie ein Käfer, Herr Mann. Pfff, Hertha. Ja? Weißt du, die Sache mit dem Viagra ist toll, weil das habe ich dem Egon, ne? Ja, dem Buckligen von Zimmer 8 aus dem Josef-Stift? Ja, dem habe ich das immer beigemischt. Wo? Bei den Kekse und so, aber der wollte nie schlucken. Dann habe ich ihm irgendwann die kleine Pille zum Örst und dann hat er das so mit dem Strohhalm durch die Nase so. Du, das ist gar nicht blöd, Werther, weil in dem Alter spielt sich Sex ohne dies nur noch im Kopf ab. Das wird jetzt auch von der Kasse bezahlt. Ah ja? Ja, ja. Das bedeutet, die Krankenkassen zahlen jetzt für Viagra, aber nicht mehr für neue Brille. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut, Werther. Ja, weil weißt du, da können wir endlich wieder Sex haben, müssen aber nicht mehr sehen mit wem. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020